Dieses Video wird unterstützt von Onshape. Das ist er also, der neue Bambulep A1 Mini Combo. Ein eher an Einsteiger gerichteter 3D Drucker mit 180x180x180mm Druckvolumen. Und damit zum Beispiel genauso groß wie der Prusa Mini. Doch der A1 Mini ist weit weg von einem Klon und hat so einige Tricks auf Lager. Die Motorgeräusche werden zum Beispiel durch Noise Cancelling reduziert, das Hotend samt Düse ist in wenigen Sekunden gewechselt und die Düse wird genau wie bei den großen Brüdern beim Materialwechsel bzw. vor jedem Druck gereinigt. Zudem gibt es beim A1 Mini auch eine Vibrationskompensierung und der Filamentsensor prüft nicht nur ob Filament da ist, sondern auch ob der Fluss stimmt. Ach ja, vollständiges Auto-Leveling inklusive Z-Offset ist natürlich auch mit dabei. Insgesamt teilt sich der kleine Bamboo viel mit den größeren X1 und P1 Druckern. Neben derselben Smartphone App und demselben Slicer kommt der A1 Mini mit einem eigenen AMS. AMS Lite nennt sich das Ganze und ist im Grunde eine offene Variante des automatischen Materialwechselsystems des X1 und P1 Druckers. Die Funktionsweise ist dabei nahezu identisch, untereinander aber erstmal nicht kompatibel, da ein anderer Stecker verwendet wird. Ich konnte die A1 Mini Combo die letzten drei Wochen für euch testen und war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass Bamboo Lab einen Einsteiger Drucker als zweites, komplett neues Gerät gewählt hat. Ich hätte ehrlich gesagt eher mit einem größeren X1C, vielleicht mit beheiztem Bauraum oder so gerechnet, aber was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Es ist jedoch nicht nur der Einsteiger Drucker, sondern auch sehr viel drum rum. Mit Maker World bastelt Bamboo Lab gerade an einem Printables Konkurrenten, der sich an Hobbyisten richtet und wenig überraschend, vor allem mit Bamboo Lab Druckern sehr gut funktioniert. Dann gibt es noch diese Mystery Boxen, die anfänglich jeder A1 Mini Combo beiliegen, also eine Box aus derzeit vier verfügbaren. Da sind dann elektronische Komponenten bzw. Montagematerial enthalten und man kann sich mit einem QR Code recht pfiffig und easy über die App selbst alle Teile dafür ausdrucken und sich die Sachen dann zusammenbasteln. Ich habe zum Beispiel eine voll funktionsfähige kabellose Maus gebaut und eine Lampe, bei der man sich zwei unterschiedliche Formen aussuchen durfte. Die Idee bzw. die Umsetzung gefällt mir richtig gut. Das in der App sieht alles super ordentlich aus, das macht Spaß, das ist anfängerfreundlich und am Ende bekommt man etwas, was man auch tatsächlich nutzen kann. Viele, die noch nicht verstanden haben, wozu man so einen 3D Drucker eigentlich brauchen könnte, werden so quasi an nützliche Dinge herangeführt und sehen halt nicht nur immer irgendwelche Nerds, die in irgendwelchen Videos ganz viele Schiffe drucken. Also wenn das Ganze vielleicht noch mit großen Projekten realisiert wird, ist das meiner Meinung nach sowas wie Lego 2.0. Es macht halt mega Spaß, gerade noch mit dieser elektronischen Komponente eigene Dinge zu kreieren, sich selber die Farben auszusuchen und vielleicht sogar die 3D Dateien noch anzupassen und so weiter. Und so gerät man dann schön an die Hand genommen in dieses Hobby und hat sehr viel Spaß damit. Genau sowas muss ein Einsteigerdrucker bieten, vielleicht nicht nur das Gerät, sondern halt auch diese Sache hier drumherum. Außerdem gibt es noch diese Kette mit Filamentproben, die anfangs ebenfalls im A1 Mini Combo Lieferumfang sind. So kann man sich dann alle Bambu Lab Filamente in Natur anschauen und so vielleicht besser entscheiden, als auf einem Bild in einem Online Shop. Marketing technisch alles ziemlich ausgeklügelt, wenn ihr mich fragt. Apropos, falls ihr euch wundert, dass auf den Bildern zwei A1 Mini Combo's zu sehen sind, Bambu Lab hat mir ein zweites transparentes Testgerät geschickt. Das sieht nicht nur cool aus, ich kann euch so auch diverse Funktionen etwas, sagen wir, transparenter zeigen. Ist ganz witzig, weil das transparente Gerät wohl auf einem älteren Prototypen basiert und technisch auch leicht anders ist. Teilweise fehlen Features bzw. Komponenten wie das Hotend sind insgesamt ein wenig anders aufgebaut. Beim Heatsink fehlt zum Beispiel ein Magnet, der bei der finalen Version den Einbau erleichtert. Daran kann man also schön sehen, wie Bambu Lab Dinge verbessert bzw. erweitert hat. Lasst uns vorab auch kurz über den Preis sprechen. Der Bambu Lab A1 Mini ohne AMS wird für 299 Dollar angeboten. Das AMS Lite einzeln liegt bei 249 Dollar. Und die A1 Mini Combo, also inklusive AMS Lite, kostet 489 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Anfänglich wird es nur die Combo geben und deswegen habe ich da auch schon einen Euro Preis. Der A1 Mini ohne AMS wird später also für etwa 320 Euro inklusive Mehrwertsteuer dazukommen. Und kurz zur Transparenz. Bambu Lab hat mir die Geräte für den Test logischerweise zur Verfügung gestellt. Ich habe sie seit dem 29.08. und konnte dieses Video so für euch produzieren. Laut Hersteller handelt es sich beim weißen Modell um die fertige Verkaufsversion. Wobei ich Anfang September ein neues Hotend zugeschickt bekommen habe, weil sie da wohl irgendwas am Material geändert haben. Ihr bekommt aber direkt die neue Version dieses Hotends, wenn ihr so ein A1 Mini Combo bestellt. Da habe ich extra nachgefragt. Bei den Druckergebnissen konnte ich allerdings keinen Unterschied feststellen. Also mit dem alten und auch mit dem neuen Hotend. Ich werde nicht von Bambu Lab für dieses Video bezahlt, es gibt keine Vorgaben zum Inhalt und Bambu Lab sieht das Video vor Veröffentlichung auch nicht. Es gibt allerdings einen unabhängigen Sponsor für dieses Video, dem ich, bevor es im Detail mit dem A1 Mini Combo losgeht, an dieser Stelle danken möchte. Und das ist heute wieder Onshape. Die Cloud-native Profi CAD und PDM Plattform für komplexeste Anwendungsfälle. Durch die Cloud gibt es keine lokale Installation, wodurch Onshape direkt nach Login auf jedem Computer mit Browser in vollem Umfang zur Verfügung steht. Das funktioniert auch auf leistungsschwachen Geräten, beziehungsweise sogar auf dem Tablet oder Smartphone. Vor allem Teams profitieren von der Cloud und können sogar gleichzeitig dieselben Baugruppen bearbeiten. Kein Versionschaos, alle sind quasi automatisch über die Cloud synchronisiert und über Änderungen informiert. Es lassen sich zudem leicht Produktvorführungen einrichten und dritte können einfach per Link eingeladen werden. Ich weiß, dass hier neben Hobbyisten auch viele Startups und Produktdesigner zuschauen. Auch die brauchen logischerweise Infos zu 3D-Druckern. Fühlt euch also angesprochen und probiert Onshape für euer Unternehmen gerne mal aus. Ihr werdet begeistert von den Vorteilen, der Performance und auch natürlich dem großen Funktionsumfang sein. Einen Link zur kostenlosen Testversion findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die A1 Mini Combo wird in diesem Karton geliefert. Im oberen Bereich befindet sich das Zubehör und darunter der nahezu komplett vormontierte Drucker inklusive AMS Lite. So schaut der Lieferumfang dann ausgepackt aus. Lasst euch, wie gesagt, nicht von dem transparenten Modell rechts im Bild irritieren. Der sorgt nur für zusätzliches Videomaterial. Bambulep liefert zwei Federstallplatten mit. Einmal PII glatt und einmal PII texturiert. Beide Platten sind beidseitig verwendbar und ich persönlich drucke am liebsten mit der texturierten Platte. Ihr habt hier jedenfalls die Wahl. In der gedruckten Anleitung wird die Montage bzw. der Anschluss des AMS Lite bebildert erklärt. Wir schauen uns das gleich auch noch ein wenig genauer an. In der Zubehörkiste finden wir Montagematerial und diverse Hilfsmittel. Ein paar Schrauben, die nach Einsatzort beschriftet sind, zwei Tuben Schmiermittel, zwei Innen-Sechskantschlüssel, eine Ersatzkunststoffbürste zum Kleben für die Düsenreinigung vor dem Druck. Das hier ist die Klinge für den druckbaren Spachtel und eine Montageplatte für den Filamenthalter hinten. Ein Führungsstück für die PTFE Schläuche, Ersatzmesser für den Filamentschneider am Druckkopf und eine Düsenreinigungsnadel. Mit diesen Adapterstücken werden Filamentspulen am AMS Lite befestigt. Ich blende euch gerade ein, welche Maße die Spulen haben sollten. Für Spulen mit größeren Löchern wird es wohl auf Printables bzw. Maker World wohl schnell Adapter geben. Nahezu alle Spulen, die ich so verwende, inklusive ein paar Kartonvarianten, passten problemlos auf die Adapter. Dann haben wir die bereits erwähnten Filamentproben. Wirklich schön gemacht und mit Text bzw. Nummern beschriftet, die man einfach im Bamboo Shop eingeben kann. Bei mir hat das Marketing direkt funktioniert und ich habe mir orangenes ABS bestellt. Bei den Mystery Boxen, die ja eigentlich gar nicht so Mystery sind, weil ja drauf steht, was drin ist, da gibt es jedenfalls neben der kabellosen Maus und der Lampe noch eine Murmelbahn und einen Motor. Falls jemand den Motor bekommt und gegen die Lampe tauschen möchte, gerne in den Kommentaren melden. Das hier ist quasi der Poop Shoot Lite. Hier lädt der A1 Mini beim Filamentwechsel seine Reste ab und der Müll wird über eine Mechanik neben den Drucker geschleudert. Wie beim X1 bzw. P1 funktioniert das Ganze ohne Elektronik komplett mechanisch. Das AMS Lite besteht aus insgesamt sechs Teilen. Die vier Adapter für das Filament, die habt ihr gerade schon gesehen. Und dann gibt es noch den Halter unten und die Haupteinheit. Lasst uns das Ganze am besten kurz zusammenschrauben. Der A1 Mini ist zu 99% vormontiert. Damit alles unbeschadet ankommt, gibt es ein wenig Transportsicherung, die man lösen bzw. zwischen X- und Z-Achse abschrauben muss. Auf der Rückseite wird dann die Adapterplatte für den Filamenthalter angeschraubt. Der Filamenthalter wird bei Bedarf einfach aufgeschoben. Aufgeschoben wird auch der, nennen wir ihn weiter, Poop Shoot am Ende der X-Achse. Bambulep möchte übrigens, dass man ihn Perch Wiper nennt. Das steht jedenfalls auf der Tüte mit der einen Schraube, die wir für die Befestigung benötigen. Die Unterseite beim A1 Mini sieht recht unspektakulär aus, allerdings gibt es da eine kleine Besonderheit. Eine Abdeckkappe mit separater Kabelführung, die zum Hauptkabelstrang führt. Unter der Kappe befindet sich ein 8-poliger Stecker, der zum jetzigen Zeitpunkt frei ist. Keine Ahnung, was man da eventuell in Zukunft mal anschließen könnte. Spekulation dazu gerne in die Kommentare. Okay, der Drucker wäre mit einer einzelnen Filamentspule bereits jetzt ready. Wir schließen allerdings noch das AMS Lite an. Dazu befestigt man zuerst die unterschiedlich langen PTFE-Schläuche nach Anleitung mit der Kupplung auf dem Druckkopf. Fertig angeschlossen sieht das Ganze dann so aus. Das Strom und gleichzeitig Anschlusskabel kommt abschließend dann noch in einen der beiden Stecker an der Seite des Druckers. Ich frage mich, wozu der zweite Stecker sein soll, denn ein zweites AMS Lite kann man zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht anschließen. Naja, es sei denn, es gibt diese Kupplung auf dem Druckkopf auch mit 8 Schlauchanschlüssen, aber aktuell sind es halt nur 4. Auch hierzu Spekulation gerne in die Kommentare. Das, was ihr da gerade gehört habt, war nicht von mir eingespielt. Der A1 Mini hat einen Lautsprecher verbaut und gibt lustige Jingles von sich, wenn er eingeschaltet wird bzw. ein Druck beendet wurde. Das ist 2-3 Mal super lustig, kann aber dann bei Bedarf auch ausgeschaltet werden. Die Einrichtung ist selbsterklärend und nachdem wir uns mit dem WLAN verbunden und den Drucker über die Smartphone App mit unserem Bamboo Account verknüpft haben, geht es auch schon zur automatischen Kalibrierung. Zuerst kommt die Geräuschreduzierung der Motoren durch einen Noise Cancelling Algorithmus. Das funktioniert so ähnlich wie bei Noise Cancelling Kopfhörern und man hört bei der Kalibrierung auch einen deutlichen Vorher-Nachher-Effekt. Diese Technologie soll übrigens auch beim X1C und P1P bzw. P1S per Software-Update zum Einsatz kommen und die Achsbewegung deutlich leiser machen. Auch wenn das Feature gut zu funktionieren scheint und die Achsbewegung tatsächlich leiser werden, bleiben die typischen Lüftergeräusche. Auch die Achsbewegungen sind nicht lautlos und es gibt einige Drucker, die in den Achsbewegungen ähnlich laut sind. Im Betrieb ist der A1 Mini also weder besonders laut noch besonders leise. Nach dem Noise Cancelling kommt die Vibrationskompensierung alias Input Shaper. Dabei wird der A1 Mini auf verschiedenen Frequenzen durchgeschüttelt und in der Software eine entsprechende Kompensierung hinterlegt. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass der A1 Mini in Z nur einseitig geführt und auch gestützt wird. Gerade am oberen Ende sieht man das auch sehr deutlich. Die Vibrationskompensierung arbeitet trotz hoher Druckgeschwindigkeiten jedoch beeindruckend gut. Wir schauen uns gleich die Druckbilder bzw. die Druckqualität auch noch im Detail an. Während meiner Testzeit habe ich zahlreiche Firmware-Updates installiert. Das funktioniert vollautomatisch über das Internet, also so wie man das auch vom X1 bzw. P1 kennt. Gerade weil wir beim P1P und P1S nur einen Standard-LCD haben, hat mich das 2,4 Zoll Farbtouchscreen vom A1 Mini ein wenig überrascht. Es ist quasi eine Mini-Version des X1C Displays und neben Vorschaubildchen gibt es auch ein komplettes AMS Management. Man sieht also, welches Filament geladen ist bzw. kann auch Filament von Drittherstellern über das Display entsprechend zuordnen. Apropos Filament, das AMS Lite funktioniert im Kern genau wie die geschlossene Version. Das Filament wird über einen Trichter auf der Unterseite geladen und über Motoren dann zum Druckkopf geschoben. Wie ihr seht, gibt es insgesamt vier Filamentplätze und vier Extruder samt Motoren, die das Filament fördern. Das Beladen ist gerade auf den beiden inneren Plätzen ein wenig fummelig und man muss das AMS Lite dafür am besten etwas zur Seite schieben. Insgesamt ist der Platzbedarf mit AMS Lite recht groß und nimmt logischerweise mehr Platz weg als beim X1C. Da sitzt das AMS halt oben drauf und das ist natürlich sehr kompakt und platzsparend. Ohne AMS braucht ihr beim A1 Mini etwa 40 bis 50 cm Stellfläche. Da ist allerdings dann auch der Platzbedarf für die komplette Bewegung auf der Y-Achse und auch eine Filamentrolle am Halter hinten mit einberechnet. Mit AMS Lite, und das auch schön nah an den Drucker gestellt, braucht ihr schon 65 x 50 cm Stellfläche. Ihr solltet allerdings auch beachten, dass ihr das AMS beim Wechseln, wie gerade gesagt, ein wenig verschieben müsst, bzw. logischerweise auch nach rechts hin Platz braucht, wenn ihr die äußeren Spulen abnehmt. Also ist nicht so schön nach oben weg wie beim X1C bzw. auch bei der P1 Serie, sondern das geht dann alles ein wenig in die Breite. Auf der werkseitig eingesteckten Micro-SD-Karte sind bereits einige vorgesleistete Testdrucke vorhanden. Unter anderem auch ein schnelles Benchy. Das wird hier gerade mit grünem PLA gedruckt und wie ihr seht auch recht zügig. Insgesamt brauchte der A1 Mini für das vorgesleistete Schiffchen mit 0,25 mm Schichthöhe nur 19 Minuten. Das Ergebnis sieht dafür erstaunlich gut aus. Die Vibrationskompensierung, der Extruder und die Kühlung machen hier also einen sehr guten Job. Zusätzlich habe ich auch ein 0,2 mm Benchy mit dem Standardprofil aus dem Bamboo Studio geslicet. Die standardmäßig eingestellten Geschwindigkeitswerte, die blende ich euch hier gerade mal ein. Und das sind die in Bamboo Studio derzeit hinterlegten Maximalwerte in Sachen Geschwindigkeiten bzw. da habt ihr auch die Beschleunigungswerte. Gerade für den Aufbau ist das sehr fix und schneller habe ich das bisher, also vor allem in diesem Aufbau, noch nicht gesehen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein sehr großer Anteil des Druckbilds ist hier definitiv der Software zuzuschreiben. Das heißt natürlich nicht, dass die Hardware schlecht ist. Auf der Y-Achse wird mit Führungsstangen und Metallrollen gearbeitet und dank unseres transparenten Fotomodells können wir das auf diesen Aufnahmen auch sehr schön sehen. Auf X und Z haben wir Linearschienen, also trotz einfacher Z-Achse ein hochwertiger Aufbau. Erinnert ihr euch an das violette NX2 PLA Filament beim Creality K1 Max Test? Das habe ich damals genommen, um Defizite an den Wänden deutlich aufzuzeigen. Das Filament ist so seidenmatt und zeigt Probleme im Druckbild, wie ihr seht, recht deutlich. Es bietet sich also an, auch den A1 Mini mit diesem Filament zu testen. Den Anfang macht unser transparenter A1 Mini, ein Print-and-Place-Drache, nahezu über die gesamten 180x180mm Druckfläche. Die erste Schicht wurde mit dem automatischen Z-Offset eigentlich immer perfekt aufs Druckbett gebracht und auch bei dem großflächigen Druck funktionierte das inklusive Lösen vom Druckbett tadellos. Trotz zickigem Filament sah das Druckbild hier schon ganz ordentlich aus. Wir drucken hier übrigens mit nahezu identischen Druckgeschwindigkeiten wie beim K1 Max Review. Und weil wir bei diesen Drachen wenig glatte Fläche haben, habe ich noch einen weiteren Testdruck rausgesucht. Wie eingangs erwähnt, nutzen wir als Slicer Bamboo Studio meiner Meinung nach mit dem Orca Slicer derzeit die beste Softwarelösung. Der A1 Mini hat zur Überwachung auch eine Kamera eingebaut, doch die liefert noch weniger Bilder die Sekunde als die Kamera beim P1P. Ist natürlich schöner ein flüssiges Bild zu haben, allerdings reicht ein Standbild alle 2-3 Sekunden für eine Überwachung auf jeden Fall aus. Timelapse-Aufnahmen sollen auch funktionieren, in meinen Tests sahen die aber noch recht merkwürdig aus. Ich denke, das wird in einem Update gefixt und funktioniert dann ähnlich gut wie beim P1P. Stand heute funktioniert es allerdings nicht. Ach ja, wir waren bei der Druckqualität. Das sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal bei einer großen glatten Fläche ganz gut aus. Auch im Detail sehen die Wände zwar nicht perfekt, aber schon sehr ordentlich aus. Selbst wenn wir ganz nah rangehen und direktes Licht drauf geben, liegt das alles im Rahmen und ist kein Vergleich zu dem K1 Max Ergebnis. Ich erinnere nochmal daran, der K1 Max, großer, teurer Drucker, Coex Y und so weiter. Und hier haben wir einen einseitig in Z geführten Einsteigerdrucker, der eben vor allem mit der Software sehr viel rausholt. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Da brauche ich im Grunde gar nicht großartig drüber labern. Die Kühlleistung, zum Beispiel bei Brücken, wurde unter anderem bei den Teilen für die kabellose Maus schön gezeigt. Auch die Druckbetthaftung funktioniert selbst bei kniffligen Teilen wie dem Deckel hier. Den seht ihr in der Mitte, das ganz kleine Teil. Das funktioniert alles sehr gut. Ich mag, wie gesagt, diese texturierten PI-Platten. Da hält immer alles sehr schön drauf. Ich sprühe das allerdings so mit ein, zwei Sprühern Sprühkleber ein. Verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann funktioniert das. Ausschlaggebend ist da immer der gut eingestellte Z-Offset. Und das funktioniert beim A1 Mini, wie gesagt, automatisch. Gleiches gilt auch für das Mausgehäuse, welches ich mit schwarzem Jet Black Prusa-Filament gedruckt habe. Im unteren Bereich wurde etwas zu heiß gedruckt. Ansonsten ist auch dieser Druck mehr als gelungen. Im ersten Video zum A1 Mini drucke ich ausschließlich mit PLA. Die A1 Mini Combo kann auch PETG, PVA oder TPU drucken. Das können wir uns gerne mal in einem separaten Video anschauen. Gerade wie TPU sich mit dem AMS verhält, dass man auch mal verschiedene TPU-Härten ausprobiert. Also ganz weiches TPU. Mal gucken, wie das so da durchgeschlängelt wird etc. Das möchte ich mir ganz gerne mit euch zusammen angucken, würde aber hier in diesem Video den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich das ganz kurz, wird auf jeden Fall was kommen. Ich habe da mit Materialvielfalt ein extra Video geplant. Also wundert euch nicht, warum es hier heute nur PLA gibt. Der mehrfarbige Druck funktioniert im Grunde genau wie beim X1 oder P1 mit AMS. In der Software werden erst bestimmte Farben bzw. Materialien einzelnen Objekten zugeordnet. Und das aktuell geladene Filament wird dazu einfach über das Bamboo Studio synchronisiert. Der checkt dann automatisch, was da drin ist und das könnt ihr dann in der Software entsprechend auswählen. Bei Bamboo Lab Filament wird die Art von Filament wie gehabt automatisch über den eingebauten RFID-Chip erkannt. Der automatische Filamentwechsel während des Drucks dauert mit einer Minute und 20 Sekunden etwa 10 Sekunden weniger als beim Bamboo Lab X1C. Der Ablauf ist dabei aber mehr oder weniger identisch. Zuerst fährt der Druckkopf an die äußerst rechte Stelle auf der X-Achse und betätigt so manuell den Filamentschneider. Das macht euer X1 oder P1, indem er ganz vorne links hin fährt. Die wenigsten wissen das, aber ganz vorne stößt er quasi nach links hin ab und das macht der A1 halt hier nach rechts. Ist ein super simples System, macht aber genau das, was es soll. Dann wechselt das AMS das Filament im Druckkopf aus. Das ist schwer zu zeigen, achtet hier links mal auf weiß, zack, das wurde so leicht nach oben gezogen und orange wird hinten über den Extruder vom AMS erst geschoben, dann vom Extruder vom Druckkopf gepackt und entsprechend eingezogen. Hier seht ihr das System nochmal an unserem transparenten Modell ohne PTFE-Schlauch zur besseren Demonstration. Durch einen Trichter passt immer nur ein Filamentstrang direkt vor den Extruder. Die drei nicht aktiven Filamentstränge werden vom AMS immer so weit zurückgezogen, dass sie oben in der Kupplung auf, sagen wir, Warteposition stehen. Das System ist im Grunde extrem simpel aufgebaut, was es vergleichsweise weniger anfällig für Fehler macht. Jetzt drückt der Extruder das abgeschnittene alte und ein wenig vom neuen Filament in den Pup-Schut. Durch kurzes Wegfahren auf X wird der kleine Behälter geleert und gleichzeitig Reste an der Düse abgestreift. Auch das nochmal im Detail. So sieht die Mechanik am linken Teil der X-Achse aus. Fährt der Druckkopf ganz nach links, fährt die Wand vor die Düse. Diese Wand bewegt sich beim Wegfahren des Druckkopfs dann wieder nach links und entleert so den Behälter. Und gleichzeitig wird die Düse gereinigt, weil die Wand halt eben genau auf der Höhe der Düse endet. Insgesamt alles nur Mechanik, da ist im Grunde bis auf die Bewegung vom Druckkopf keine Elektronik drin. Und insgesamt ist es halt ausgeklügelt und macht Spaß, weil es halt in sich sehr gut funktioniert. Und weil es so schön ist, hier nochmal komplett. Farbwechsel steht also an, rechts rüberfahren und Filament direkt über dem Extruder abschneiden, links rüberfahren, AMS wechselt die Farbe, altes und etwas neues Filament wird extrudiert, Rest wird ausgeworfen, wieder etwas neues Filament extrudieren und dann wird zum Säuberungsturm gefahren, um halt mit dem neuen Filament weiter zu drucken. Das System ist so einfach wie genial und ermöglicht saubere Filamentwechsel, selbst für die kleinsten Stellen auf dem Druck. Aber, ganz großes Aber, es wird genauso viel Müll produziert wie schon beim originalen AMS. Es lohnt sich meiner Meinung nach kaum, zum Beispiel einen solchen Helikopter in der Form mehrfarbig auszudrucken. Es gibt ein paar Tricks, wie man den Müll minimieren kann, zum Beispiel die Ausrichtung des Modells, vielleicht gleich mehrere Modelle drucken, beziehungsweise darauf achten, dass man insgesamt halt möglichst wenig Farbwechsel bei seinem Modell hat. Ich habe zu diesem Thema ein komplett eigenes Video gemacht, welches ihr gerade oben in den Infokarten verlinkt bekommt. Ach ja, auch der Zeitfaktor ist nicht zu verachten. Statt einer Stunde dauert dann so ein Helikopter gleich mal sieben Stunden. Wie gesagt, jeder Farbwechsel dauert eine Minute und 20 Sekunden und ihr könnt ja sehen, wie oft der Farbwechsel stattfindet. Das heißt, wenn ihr in einer Schicht drei Farben nutzt, dann habt ihr halt in der einen Schicht schon mal fünf Minuten verdödelt, nur damit die erste Schicht gedruckt wird und ihr könnt ja selber mal nachschauen, aus wie vielen Schichten so ein Druck besteht. Also das solltet ihr auf jeden Fall im Kopf haben. Apropos Kopf, der Druckkopf macht insgesamt einen sehr ordentlichen Eindruck. Die Druckergebnisse sprechen da denke ich auch für sich. Bambulep wirbt mit einem neuen Feature, bei dem die Spannung des Filaments oberhalb des Extruders und der Druck unterhalb des Extruders gemessen wird. So kann nicht nur festgestellt werden, ob Filament vorhanden ist, sondern ob es Probleme mit der Förderung gibt und der Druck unterhalb des Extruders wird dann mit einem sogenannten Wirbelstrom-Sensor gemessen und so kann der Filamentfluss gemessen und gleich dynamisch eingestellt werden. Im Endeffekt soll das erreicht werden, was der X1C mit dem LiDAR-Scanner macht. Doch wie schon beim Effekt vom LiDAR-Scanner konnte ich auch beim A1 Mini die dynamische Flusskorrektur nur schwer messen bzw. bewerten. Ich habe die Hälfte mit und die andere Hälfte ohne diese Funktion gedruckt und persönlich keinen wirklichen Unterschied feststellen können. Ich habe das in einem anderen Video schon gesagt, man müsste hier wirklich mal schlechtes Filament nehmen, dünneres Filament nehmen. Ich überlege mir da auf jeden Fall mal was, dass wir das in Zukunft testen können, weil es da jetzt schon mehrere Systeme gibt und im Grunde kann man hier nur das ablesen, was der Hersteller einem sagt. Deswegen muss da ein Test her, ich werde mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Den Effekt beim Hotend-Wechsel kann man hingegen recht leicht feststellen. Dadurch, dass sich sowohl Heizelement, Heatsink-Lüfter als auch der Temperaturfühler fest verbaut im Druckkopf befinden, kann das All-Metal-Hotend, bestehend aus Heatsink, Heatbreak und Düse, innerhalb weniger Sekunden gewechselt werden. Man muss keine Kabel lösen, sondern lediglich eine Klammer öffnen, das alte Hotend herausnehmen, das neue einsetzen und die Klammer wieder schließen. Am längsten bei der Aktion dauert eigentlich nur das Aufstecken der Silikonsocke. Ihr seht das hier, durch die beidseitige Bauteilkühlung hat man hier halt recht wenig Platz. Besonders Sinn macht dieses System natürlich, um Düsen zu wechseln. Man hat da also 0,4, 0,6, 0,8 Millimeter liegen und kann halt vor dem Druck kurz in 20 Sekunden die Düse wechseln, beziehungsweise wechselt dann halt Heatbreak und Heatsink gleich mit, Klammer öffnen, neues Ding rein, Klammer zu und dann kann man direkt loslegen. Ist sehr sehr schön, genau so muss dieses Quick Swap funktionieren. Die Düse macht übrigens maximal 300 Grad und das Druckbett maximal 80 Grad. Neben PLA, PVA und TPU ist wohl PTG bzw. PCTG das komplexeste Material, was man mit dem A1 Mini ohne Modifikationen drucken kann. Ach ja, eine kleine Sache habe ich noch. Leider hält die Abdeckkappe vom Druckkopf nicht wie beim X1C oder P1P bzw. P1S magnetisch, sondern mit so kleinen Kunststoffnasen. Ich teste solche Mechaniken gerne mal so 10, 20 Mal hintereinander und eine kleine Nase ist mir genau bei dieser Aktion abgebrochen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht wirklich zimperlich, sondern simuliere quasi den normalen Nutzer, der da halt so zieht und guckt und das irgendwie abmachen will und der findet dann genau sowas vor. Ich habe das schon bei einem Chidi Drucker gemacht und da ist mir auch sowas leicht abgebrochen und zeige das dann halt immer in die Kamera. A, um zu zeigen, hey, das ist nicht das robusteste Konzept, was es auf der Welt gibt und B, wenn ihr so ein Ding kauft, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr damit vorsichtig seid. Da gibt es an der Seite so eine Eindrückstelle, die drückt ihr, dann zieht ihr quasi das ganze vordere Ding so ein wenig runter, damit die Nasen entspannt werden bzw. halt vor den Steg kommen und dann könnt ihr nach vorne wegziehen. Auf jeden Fall üben, sonst brechen da die Nasen ab, garantiert. Wäre schön, wenn sie das aus Magnet gemacht hätten, vielleicht gibt es da nochmal ein Update oder so. Ich denke nicht, ist halt günstig so, sobald ihr da Bescheid wisst, ist da auch alles okay. Ihr habt es gehört, ich bin euer Haltenasen-Spezialist. Ja, das glaube ich, kenne ich jetzt auch kein anderes Video, wo sowas so explizit getestet wird, mache ich aber immer ganz gern. Ich werde nicht alle Features der BambuLab A1 Mini-Kombo wiederholen. Dafür ist die Liste einfach zu lang. Im Preissegment unter 500 Euro hat BambuLab jedenfalls eine weitere Referenz geschaffen und lässt vor allem den Prosa Mini, der witzigerweise das gleiche kostet, komplett alt aussehen. Wir reden hier über die Kombo mit dem AMS Lite. Sieht man nur den A1 Mini allein, brauchen wir mit ca. 320 Euro gar nicht mehr über den Prosa Mini reden. Selbst für den sehr guten Elegoo Neptune 4 Pro, der ebenfalls bei etwa 320 Euro liegt, spricht im Grunde nur die größere Druckfläche. Der A1 Mini erbt quasi das Schicksal seiner größeren Brüder. Sehr gute Hardware, innovative Features, großartige Software, einfache Handhabung und beeindruckende Druckergebnisse. Die Druckfläche könnte jedoch etwas größer sein. Wem die 180x180mm Druckfläche reichen, macht mit dem A1 Mini definitiv nichts falsch. Vor allem für die 320 Euro finde ich ihn als Einsteigerdrucker besonders geeignet. Bei der Kombo mit dem AMS Lite sollte man sich der großen Stellfläche bewusst sein, die Problematik mit Müll bzw. stark erhöhter Druckzeit bei Mehrfarbdruck kennen und auf dem Zettel haben, dass der BambuLab P1P dann nur noch 160 Euro weit weg ist und man bei dem dann easy auf den P1S upgraden kann. So, das war mein erstes Video zum A1 Mini bzw. der A1 Mini Combo. Ich hoffe, euch hat es gefallen und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich habe ja gesagt, dass ich noch ein zweites Video zu dieser TPU-Geschichte mit dem AMS und so weiter machen möchte. Wenn hier genügend Fragen unter dem Video zusammenkommen, dann mache ich auch gerne nochmal ein Video zu allen Punkten, die für euch dann noch unklar sind. Wie immer findet ihr Links zu allen gezeigten Druckern, Filament, Zubehör und auch den gedruckten Modellen unten in der Videobeschreibung. Kauft ihr über diese Links, unterstützt ihr ohne Mehrkosten meinen Kanal und macht solche Videos weiterhin möglich. Wäre also cool, wenn ihr bei eurem nächsten Einkauf an meine Links denkt. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. So, jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen, sage bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, bis denn. Peace. .